Ein herzliches Hallo von mir an euch! Wir spielen heute wieder Killer bei Dead by Daylight und ich habe nach langer Zeit mal wieder die Hack ausgepackt. Die gab es schon eine ganze Weile nicht mehr bei mir zu sehen. Es handelt sich hierbei auch wieder um einen Stream-Ausschnitt. Ich hoffe, das ist okay und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit meiner Killer-Runde und bis zum nächsten Mal. Das ist da. Also um sowas geht's. Die sind denn in irgendeinem Haus eingesperrt mit ganz vielen Kameras? War nicht im Game. Ähm, sind so in Pärchen aufgeteilt, müssen dann Spiele spielen. Dann wird immer jemand rausnominiert und... Wir sind halt in einem Gruselhaus. Ach, das ist so... Wenn ich die Geschichte jetzt nicht gelesen habe, verpasse ich auch nix. Ist gar kein Jen auf der Ecke. Was sind die denn? Was? Was hat denn hier jetzt so geknallt? War sie auf Kahn? Hat sie eine Krähe? Oh! Wir hatten den verteufelten Boden aktiv. Ja, moin! Will mich jemand blenden? Wie gut war das denn? Ich hab das überhaupt nicht gerafft. Blöd, die hat abgeschmiert. Sorry, Jack. Das war schlecht gelaufen. Gut. Zweiter Haken. Wir haben noch kein Jen an. Das ist gut. Hä? Killer-OP heißt die. Soll ich sie aufhängen? Wir haben halt keinen Strike dabei. Die mit der Lampe habe ich vertreten. Sagen wir sie auf. Die hing schon. Das ist gemein. Aber... So, die Flüge, die hängt jetzt ab. Okay, die Runde ist voll böse. Das tut mir leid. Das tut mir leid, aber... Da sieht man mal, wie doof auch Survivors spielen können. Die können halt nicht alle auf eine Ecke gehen. Dann... Dann passiert halt das. Sie haben den Haken freigemacht. Oh, blöd. Oh, das war knapp. Das war sehr knapp. Mit deiner Taschenlampe. Wo hier war eine Palette? Oh. Oh Gott. Ich habe gar keine Fallen mehr. Die haben alle Fallen schon ausgelöst. So, du hingst schon... Also, du hingst zumindest nicht gerade. Okay. Oh, ich bin... Sorry, ich kann gerade nicht so auf den Chat gucken. Ich muss hier... Ich meine, eigentlich... Ja, also... Eigentlich, sorry. Es ist kein Generator fertig, aber... Man darf nicht zu nachgiebig werden. Dann ist nämlich schwuppdiwupps sind die Generatoren an. Und dann... Was ist das? Das war wirklich mehr als zu... Ich lasse die Verletzte... Aha! Hast du gedacht, ich falle runter? Habe ich ehrlich gesagt auch gedacht. Oh, hier ist das Totem. Oh, das war auch knapp. Oh Mist, ey. Ich bin immer so... voreilig. Ich weiß auch nicht, ob die andere jetzt oben das Totem gesehen hat. Wir haben oben noch das Ruinentotem. Alle. Okay, das... Das war jetzt dumm gelaufen. So, das gibt auch alles Punkte. Oh, ist der dir das hin? Sie sehen mich nicht. Also, die spielen komisch. Und wenn ich die so spielen sehe, merke ich, dass ich halt auch manchmal richtig komisch spiele. Also, ich würde nicht sagen, dass ich ein OP-Killer bin. Ähm, ich... Die spielen halt einfach so komisch. Die sind immer auf einem Fleck. Was soll ich denn dann machen? Ja, es ist gemein. Ich habe die Fallen mit, die sie nicht sehen. Jake, ich sehe dich leuchten. Ach, du bist AFK gewesen? Ja, dann kenne ich keine Gnade. Dann sorry. AFK und dann wirst du sicherlich auch nicht rausgelassen. Ja. Ja. So, Jake. Jake ist tot. Ich würde gerne den letzten gehen lassen, aber das darf nicht die Clödie ja mit der Taschenlampe. Wobei, die Clödie hat mich ja nicht, ähm, blendet. Sie hat es versucht, aber nicht geschafft. Die können mich so einfach ausspielen. Ach so, das wollte ich machen. Ich habe überlegt, was wollte ich hier tun? Aber ich befürchte, die Clödie mit der Taschenlampe ist die einzige, die am Ende noch da ist. Was ist das? Schade, hätte sein können. Lalalala. Warum kann ich hier keine... Alle... So, alle Fallen sind platziert. Hätte sein können. Sind die zu zweit und machen mich fertig? Ja. Ich finde die nicht mehr. Okay, die warten, die sind nicht so doof. What? Oh, diese Kratzspuren. Die sind so verwirrend. Ich sehe die nicht da. Ich habe sie. Okay. Hast du gut gemacht? Muss ich sagen. Ich möchte nicht, dass die rauskommt. Die hat die Taschenlampe. Die wollte mich blenden. Alle anderen hätte ich gerne rausgelassen. Guck, wenn sie die Luke findet. Findet sie die Luke. Was hat sie gemacht? Wo sind die Kratzspuren plötzlich wieder hin? Ich habe sie verloren. Sie war da. Oh Mann. Oh wie doof. Aber egal. Ich habe ja gesagt in der Runde, man darf nicht zu früh aufgeben, weil die einen tatsächlich noch fertig machen können. Die haben jetzt noch drei Generatoren anbekommen. Zu zweit. Sesens. точkel